Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ich will jetzt nochmal mit Santiago reden. Wir müssen mit dem Inquisitor reden. Wir müssen mit dem Inquisitor reden. Ich muss mit dem Inquisitor reden. Na klar. Und warum sollte Inquisitor Mendoza, der Anführer des Ordens der Heiligen Flamme, mit einer Wurst wie dir reden wollen? Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Das sagst du. Vielleicht bist du aber auch hier, um den Inquisitor zu töten. Glaubst du wirklich, eine Wurst wie ich könnte den Inquisitor töten? Wohl nicht. Also gut, ich lass dich rein. Aber wehe, du machst Ärger. Das war ein guter Konter eigentlich. So, wir sind drin. Kann ich hier auch einfach so wieder raus? Aha, ein weiterer Rekord. Nein. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast. Nicht wahr? Nein. Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Eine Botschaft? Gut. Ich werde sie dem Inquisitor überbringen. Nein, ich muss selbst mit ihm sprechen. Hm. Na schön. Inquisitor Mendoza ist in der Heiligen Halle. Während deines Aufenthalts darfst du dich in der Festung frei bewegen. Ich hoffe für dich, du weißt dieses Privileg zu würdigen. Wie komme ich zur Heiligen Halle? Es ist wohl besser, wenn ich dir eine Karte gebe, damit du dich nicht verläufst. Ah, okay. Und wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Jedenfalls vorerst nicht. Hä? Was? Glaubst du, ich öffne für einen Banditen das Tor? Erst einmal bringst du deine Botschaft zu Mendoza. Dann sehen wir weiter. Wehe, ihr Zwangsrekrutiert mich. Wehe. Tyler? Hab ich das richtig gehört? Du willst mit dem Inquisitor sprechen? Äh, ja, ich habe eine wichtige Botschaft für ihn. Ja, ich habe eine wichtige Botschaft für ihn. Habt ihr alle Monster besiegt? Sind die Gefahren gebannt? Willst du wirklich wissen, wie es draußen aussieht? Lieber nicht. Äh, warst du schon mal draußen? Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Ich bin doch lieber draußen. Hier kann ich hier raus. Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Und wer ist Meister Ignatius? Wer ist Meister Ignatius? Hey Mann, ich kann ja verstehen, dass du viele Fragen hast. Aber alles zu seiner Zeit. Du wirst Meister Ignatius schon früh genug kennenlernen. Also mach dir nicht in die Hose und sieh dir erstmal alles in Ruhe an. Wehe, die haben mich Zwangsrekrutiert. Äh, Buchstab. Erstmal lesen. Interessant. Interessant. Okay, ich darf mich hier frei bewegen. Da will ich jetzt nicht hin. Von da kamen wir. Wer bist du? Hm, Ordenskrieger. Wo führt das hier hin? Bruno. Hey, wenn du mit Mendoza sprichst, sorg doch mal dafür, dass wir Bier bekommen. Du willst nicht wirklich, dass ich das dem Inquisitor sage. Wo ich so drüber nachdenke, vergiss es einfach. Willst du ein Bier? Hier? Ich glaube, ich habe noch welches. Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Genau das habe ich auch gefragt, als sie mich hier reingeworfen haben. Aber keine Sorge. Irgendwann werden sie das Tor eröffnen. Irgendwann? Das klingt so weit weg. Ja. Nun, Meister Ignatius entscheidet, ob das Tor geöffnet wird. Also mach dich nicht verrückt, sondern sieh dich erst mal in Ruhe um. Ignatius also. Tyler erzählte mir von ihm. Ignatius also. Taylor erzählte mir von ihm. Taylor. Wenn du dich anstrengst, wirst du schon bald vor ihm stehen. Was, wenn ich jedem hier aufs Maul haue? Volles Fund. So, wo geht's dahin weiter? Einen Apfel nehme ich mit. So, okay. Hier ist das Hof. Recruit. Recruit. William. Deine Mutter Tilda hat nach dir gefragt. Deine Mutter Tilda hat nach dir gefragt. Wirklich? Meine Mutter? Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, sie ist in der Hafenstadt. Ah, sehr gut. Das ist der richtige Ort für sie. Danke für diese gute Nachricht. Okay, wir müssen Tilda nochmal besuchen. Oh, hier können wir Leben aufladen. Kostenlos. Okay, es kostet nur Zeit, aber wir haben alle Zeit, um der Welt das Spiel zu Ende zu bringen. Äh, Bronco, wir müssen noch gleich mit dir reden. Okay, wir reden jetzt. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber lass meine Rekruten in Ruhe. Äh, Bronco? Okay. Ich sauf euch mal das Fass leer. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, Bronco. Mit vollem Leben, äh, lebt es sich auf jeden Fall ein bisschen leichter. So, Rekruten, Rekruten. Tato? Ich will es nicht hören. Okay. Ordenskrieger. Was haben wir hier? Äh, wer bist du? Taka. Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Taka, Rekrut der Inquisition. Haha, was für ein Hohn. Da glaube ich. Die selben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst ranziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Was glaubst du wird passieren? Das weiß nicht mal der Inquisitor. Aber eins ist klar. Wir Rekruten sind die Ersten, die dran glauben müssen. So, wenn du mir hilfst, einen Weg hier rauszufinden, helfe ich dir, hier rauszukommen. Ich frage mich, ob man hier runterspringen könnte. Ist das hier dessen Arena? Ich gehe mal von außen, dass das die Arena ist. Wer bist du? Carlsen. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Äh, was hast du denn so für Waffen? Was hast du denn so für Waffen? Ich habe so einiges. Aber es gibt nichts umsonst. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Alles, was du so gesammelt hast, nehme ich in Zahlung. Äh, was ist mit Schmiede-Rohlingen? Kannst du welche besorgen? Was ist mit Schmiede-Rohlingen? Kannst du welche besorgen? Ich verkaufe nur noch meine Lagerbestände. Hier in der Vulkanfestung ist einfach kein Bedarf dafür. Ich könnte dir welche herstellen. Allerdings müsstest du die Rohstoffe schon selber herbringen. Okay, äh, was kannst du mir anbieten? Was kannst du mir anbieten? Wahrscheinlich gar nichts. Wir kämpfen hier mit Stäben, nicht mit Schwertern. Aber wir können handeln. Mehr kann ich nicht für dich tun. Äh, okay, lass uns handeln. Ich will sehen, was du hast. Lass uns handeln. So, was hat er hier? Ein Speer. Äh, Schmiede-Hammer. Perfekt ausbalanciert, um stundenlang auf den Ambus zu schlagen. Goldschmied-Hammer. Ein kleiner Hammer. Wird von Goldschmieden verwendet. Goldschmied-Zange. Diese spezielle Zange wird von Goldschmieden verwendet. Äh, Stahl-Rohling. Für ein Schwert aus Stahl. Ich muss ihn in den Schmiedefeier erhitzen. Ich muss ihn in den Schmiedefeier erhitzen. Warte mal, hab ich so was schon? Warte mal. Ähm... Ich hab hier Säbelt. Das verkauf ich mal. Das Schwert. Die Jagdmesser. Ein rostiges Schwert. So, dann haben wir hier noch ein Holzschild. Die Jagdkleidung behalte ich. Nikos-Regen und einen normalen Ring. Ähm... Hier behalte ich mal erstmal alles. Ähm... Die Heugabel darf er haben. Den Stein darf er haben. Werkzeugbeutel. Enthält Metall, Nieten und Nägel. Muschel. Goldbrocken. Kann man verkaufen oder Schmuckstöcke daraus herrschen. Ich behalte die jetzt mal. Eisenerz behalte ich auch mal. Kleine Saphirin. Getragbar Goldschmied. Man kann Ringe daraus herstellen. Eine begehrte Handelsware. Zähne. Die verkaufe ich mal. Flügelstaub verkaufe ich mal. So, 119 Gold. So, okay. Jetzt... Warte mal. Ich muss jetzt eben kurz... Okay, kann ich nichts machen. Hier. Ah, eine Perle. Wunderschön und wertvoll. Ich brauche einen glühenden Rohling. Darf ich hier rein? Warum bist du hier? Äh... Nur um so zu gucken, ja? Ich darf mich in der Festung frei bewegen, wurde mir gesagt. Ich darf mich in der Festung frei bewegen. Ja, aber das heißt nicht, dass du überall rumschnüffeln kannst. Warum nicht? Mal lieber vorsichtig. Einige Bereiche sind für dich tabu. Der Friedhof gehört dazu. Also verschwinde. Aber ich will auf den Friedhof. Ich will auf den Friedhof. Ach ja? Und warum sollte ich einen Banditen auf unseren Friedhof lassen? Äh, wenn du es nicht tust, haue ich dir aufs Maul. Ich gebe dir Gold. Äh, wie wäre es mit Braukraut? Wie wäre es mit Braukraut? Na also, sieht so aus, als würden wir ins Geschäft kommen. Besorgen mir zwei Stängel Brauke und ich lasse dich durch. Hier sind zwei Stängel Brauke für dich. Hier sind zwei Stängel Brauke für dich. Sehr gut. Der Friedhof gehört dir. Nice. Ist jetzt mein Friedhof. Eine Truhe. Noch mehr Kisten. Pilze. Ruhe, Entfrieden. Äh, schade, dass da keine Namen stehen oder so. Die irgendwie... Keine Ahnung, irgendwie so eine... So ähnlich wie ein Gothic, dass da einfach Namen stehen, irgendwelche. Noch, nehm ich mal mit. Können wir verkaufen bei irgendwem. Können wir hier graben? Jo! Ist was vergraben? Ich kann hier wirklich graben? Jetzt kommt es irgendein legendäres Rüstungsteil oder sowas. Oh Gott. Ja. Wie lange... Wie lange... Wollen wir noch gra... Hemmler's Truhe? 250 Gold. Okay, das hat sich gelohnt. Was gibt's hier? Grabstein und... Noch einen Grabstein. Nicht, dass ich jetzt hier... Steinplatte? Noch einen Grabstein. In den alten Tagen lehrte ein Mann die Kunst des Kampfes. Berengir, ein Magier, der den Kampf mit dem Stab meisterlich beherrschte. Er sagte einst zu seinem Schüler... Ich kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Nicht, dass ich hier jetzt gleich angegriffen werde von irgendwas. Skelett. Berengirs Truhe. Das Schloss ist zu schwierig für mich. So, was... Ein Thron? Die Geräusche machen mir jetzt ein bisschen Schiss. Was passiert, wenn ich jetzt hier drauf sitze? Okay, nichts. Ich sitze nur. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier mal reinzugehen. Keine Ahnung, was ich da jetzt alles eingesammelt habe, aber... Wir kommen wieder. Ich will wissen, was ein Berengirs Truhe ist. Okay. So, was haben wir jetzt eingesammelt? Rostiger Zweihänder macht nur 30 Schaden. Das... 28. Aber ich will kein Zweihänder. So, was haben wir hier? Da sind seltsame Zeichen eingraviert. Die sollte ich mal lesen. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Eine Portion Kartoffeln, eine Portion Zwiebeln, zwei Schluck Roßfleisch. Hier haben wir Rezept gel... Äh, okay. So, wo führt das hier hin? Kasper! Hast du Kraut? Was? Du kommst doch vom Don. Wenn du Kraut besorgen kannst, ich nehme dir ein paar Stängel ab. Also, wenn du ein bisschen handeln willst... Wir sind alle scharfe Fahrer von draußen. Uh, dann zeig mal, was du hast. Dann zeig mal, was du hast. So, Apfel, Witz erzählen, schwache Mannschaftheit, Dietriche, Schaufel, Schöpfkelle. Und leere Spruchrollen. Grundkomponente für das Schreiben von Spruchrollen. Äh, ich glaub, wenn es hier kein Feuerregen oder sowas gibt... Lass ich das mal sein. Darf ich hier rein? Okay, hier sind die Wannen. Schränke gehe ich nicht ran. Erstmal. Weinkeller? Schade. Darf ich hier rein? Äh, ne, ich guck mich nur um. Ich schnüffel nur. Mach dir da keine Sorgen. Was willst du hier? Ich schnüffel doch nur. Was? Steinhaufen? Ja. Was willst du hier? Nichts, nichts. Ich seh mich hier nur um. Ich möcht nur schnüffeln. Was hat's mit Steinhaufen? Nicht ohne einen Besen. Nicht ohne einen Besen. Ich kann hier sauber machen. Okay. Ohne Wurst? Ohne Wurst? Was? Ohne Wurst erchen. Ohne Wurst. Ohne Wurst? Ohne Wurst. Ohne Wurst? Ohne Wurst. Meister Vitus. Solange du dich anständig verhältst, bist du uns willkommen. Aber, wenn du gekommen bist, um Streit zu suchen, verpassen wir dir die Prügel deines Lebens. Ach, was genau heißt anständig? Halte dich aus den Kammern fern. Lass deine Finger bei dir und fang keinen Streit an. Okay. Also das hier darf ich nicht. Nur um sicher zu gehen. So, Ordenskrieger. Geht's hier noch irgendwie irgendwo weiter? Äh, Halo. Was willst du hier? Wer hat dich denn hier reingelassen? Wieso? Du bist kein Rekrut. Du etwa? Ich bin der Koch. Okay. Was gibt's zu essen, Koch? Was gibt's zu essen, Koch? Dein Teller bleibt leer. Komm schon, ich hab Hunger. Komm schon, ich hab Hunger. Ja, nimm einen Apfel. Oder geh zu Kasper. Der hat doch immer was. Einen Apfel erhalten. Okay. Nein, top. Okay, ähm. Noch ein Rekrut. Hier sind die Schweine. Wer bist du? Fred! Was willst du? Nur schnüffeln. Ich möchte nur schnüffeln. Ne, ich knack das nicht. Nicht, solange er davor steht. Da geht's hier auch nur... Halt! Ich bringe eine Brotschaft. Eine Botschaft für deinen Chef. Also lass mich durch. Ich bringe eine Botschaft für deinen Chef. Also lass mich durch. Wenn du glaubst, dass du hier irgendwelche Rechte hast, liegst du falsch. Also mach keinen Ärger. Sonst bist du Futter für die Schweine. Hast du das verstanden? Ja, alles klar. Ich werde mich benehmen. Lass mich durch, du Nachtwächter. Ich werde mich benehmen. Ja, alles klar. Ich werde mich benehmen. Gut. Du kannst passieren. So. Das hier? Ähm. Hier gibt's eine Beere. Und noch eine Tür. Okay, ich dachte, mit dem Haken könnte man interagieren. Okay, äh, Enzo. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Ja, gut. Okay, man kann hier... Kann man wirklich hier das alles betreten? Ist das alles begehbar? Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir genau sind. Da hinten ist eine Brücke. Ich weiß nicht, ob man da auch hin kann. Oder zu dem Haus da. Ist das da schon der Sumpf, oder... Kann man da überall hin? Rekrut. Rekrut. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich untersuche die Artefakte. Alles, was unsere Rekruten aus den Ruinen bergen, landet hier bei mir. Ich identifiziere dann die magischen Stücke. Kann ich so ein magisches Artefakt haben? Nein. Nicht mal ein kleines? Nein. Was ist denn in den ganzen Kisten? Was ist denn in den ganzen Kisten? Das meiste ist alter Schrott. Silber und Goldschmuck. Nichts von Bedeutung. Nur die wenigsten Stücke besitzen magische Eigenschaften. Okay, kann ich was von diesem nutzlosen Silber- oder Goldzeug haben? Kann ich was von diesem nutzlosen Silber- und Goldzeug haben? Nein, die Schätze gehören dem Orden. Obgleich sie im Moment nutzlos für uns sind, können sie später hilfreich sein, unsere Organisation auszubauen. Mist. Können wir wenigstens handeln? Können wir wenigstens handeln? Hm. Dein Gold könnte uns noch nützlich sein. Und es kann nicht schaden, dir ein paar Artefakte zukommen zu lassen. Also gut. Okay, lass uns handeln. Lass uns handeln. Was hat er denn für Artefakte? Ein Ring? Schutzring vor Magie? Stärkerring? Ring der Energie? Lichtzauber? Illusion erschaffen? Witz erzählen? Goldbrocken? Schwache magische Heilung? Nautilus-Verwandlung? Und Telekinese? Ne, er hat nichts. Darf ich... Äh, nicht den Lagerbuchständer bitte. So lesen. Hm. Interessant. Warte mal. Vorsichtshalber. Kann ich die Tür nicht wieder zumachen? So, was haben wir hier? Ein Goldbrocken. Und hier auch nochmal ein Goldbrocken. Bier. Finde ich schon mal schön. Das speichere ich auch noch einmal. Komm, runter. So. Nicht, dass ihr jetzt gleich sagt, so deep. Kann ich mit dem Schlüssel jetzt überall rein? Okay, hier oben gibt es nichts. So, wen haben wir hier? Jervis? Erland? Noch ein Buchständer? Die Vorbereitung. Der Schreiber bereitet sich mental auf... Ach, das ist doch alles Quatsch. Lass mal sehen. Dann... Aha. Dann legt er die benötigten Zutaten, die unbeschriebene Pergamentrolle und die Schreibfeder neben dem vorbereiteten Ruhentisch und ist nun bereit, mit dem Schreiben zu beginnen. Das reicht mir. Wow. Der Runentisch. Der Runentisch. Der Runentisch ist ein mächtiges Werkzeug. Bla, 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 bla. Oh, hier steht das. Um den Runentisch vorzubereiten, setzt man die gewünschte Rune in die Vorrichtung. So. Das muss reichen. Haben wir dadurch jetzt was gelernt? Äh... So, ne, kein... Wir haben nicht gelernt, wie man Schriftrollen erstellt. So, Schreibpult. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Äh, was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Ich versuche als Krieger in den Orden aufgenommen zu werden. Gibt's was? Äh, Jahres? Hi, ich bin Jervis, Rekrut der Inquisition. Ich schätze, du bist nicht freiwillig hier. Da hast du wohl recht. Zwangsrekrutiert. Auf Anordnung des Inquisitors. Wir können gerne den einen aufs Maul hauen. Wieso bist du rekrutiert worden? Ich habe zusammen mit Cole Wölfe gejagt, als eine Patrouille der Weißen vorbeikam. Er konnte noch abhauen, aber mich haben sie gekriegt. Du bist Jäger? Ja, aber ob ich mit dem Bogen umgehen kann oder nicht, das interessiert hier keinen. Stabkampf soll ich lernen. Und Magie. Gut, dann versuche ich das halt. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich weiß nicht, ob den Meistern das gefallen wird. Ach Quatsch, das interessiert niemanden. Aber ich muss diese Spruchrollen verstehen. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Das wäre gut. Gut, weißt du, es würde mir schon reichen, wenn du mir ein paar Sachen besorgst, damit ich hier weiterkomme. Okay, was brauchst du? Nicht viel. Eine Spruchrolle der Illusion und zwei leere Pergamentrollen. Und dafür bringst du mir bei, was du weißt? Ja, alles, was ich übers Bogenschießen, Schleichen und die Jagd weiß. Okay, äh, habe ich was für ihn? Was ist los? Ich habe noch nichts für ihn, ne? Wer bist du? Iluma. Was willst du hier? Ich sehe mich mal um. Dann tu das. Ich werde dir den Zugang zum Wissen nicht verwehren. Wenn du lernen willst, steht es dir frei zu lernen, solange du nicht den Frieden der Festung störst. Das klingt doch ganz gut. Okay, äh, ich habe die Bücher über Spruchrollen gelesen. Ich habe die Bücher über Spruchrollen gelesen. Gut, dann weißt du jetzt, worum es hier geht. Wir schreiben Spruchrollen, mit denen jeder, sogar du, Zauber wirken kann. Äh, kann ich die Spruchrollenschreiberei lernen? Kann ich die Spruchrollenschreiberei lernen? Natürlich. Natürlich. Was muss ich dafür tun? Besorge dir Schreibzeug. Eine Schreibfeder und ein leeres Pergament. Ich bin sicher, die anderen Schüler werden dir weiterhelfen. Wenn du das Schreibzeug hast, werde ich dich das Talent lehren. Äh, okay, äh, Erlan? Braucht ein Schreibzeug? Ich brauche Schreibzeug. Sieh mal an, ein Bandit, der Zauber schreiben will. Das gab's noch nie. Aufregend, nicht wahr? Sagst du mir jetzt, woher ich Schreibzeug bekomme? Tja, Schreibfedern sind selten und sehr begehrt. Ich würde sagen, du sprichst mal mit... Wie heißt er noch? Ach ja, sprich mit Kaspar. Okay, äh, Erich. Was willst du? Okay, von ihm gibt's nichts Neues. Okay, wo... Warte mal, ähm... Es gibt noch mehr in den Ruinen auf der Hände. Ne, warte, äh... Aktuell, äh, Vulkan... Rausgefälligte Monster, wo Schreibzeuge auftreiben. Erlann sagt, ich soll zu Kaspar gehen. Vulkanfest, gegenseitige Hilfe. Wenn ich hier habe, ist eine spruchfreundliche Illusion und zwei leere Pergamentrollen besorge, bringt er mir alles bei, was wir über das Bogen schießen schleichen und die Jagdweist. Illusionszauber haben wir. Jetzt brauche ich zwei Pergamentrollen. Eigentlich drei. Und Schreibzeug. Irgendwo hatten wir Pergament gesehen. Zwei Rollen. Nur wo? Seemannskiste. Warum heißen die Seemannskiste hier oben? Das sind doch keine Seemänner. Oder? Suchst du was Bestimmtes? Ach, Kaspar. Äh, es wird erzählt, du kannst Schreibzeug besorgen. Und noch ein paar andere Dinge. Aber du kommst zu einer ungünstigen Zeit. Warum? Leere Pergamente habe ich noch, aber keine Federn mehr. Kannst du eine auftreiben? Hm. Besorge mir einen Knochen und zwei, nein, warte, sechs Flügel von Grabmorden. Dann bekommst du deine Fehler. Woher soll ich die Trophäen bekommen, wenn ich nicht hier raus kann? Woher soll ich die Trophäen bekommen? Du kannst natürlich auf die Jagd gehen. Aber wenn dir das nicht liegt, kannst du auch in der Festung suchen. Und wo? Einen Knochen wirst du vermutlich auf dem Friedhof finden. Du musst nur Joki überreden, dass er dich durchlässt. Und die Flügel? Tja. Einige Rekruten haben welche in ihren Kammern. Aber lass dich besser nicht erwischen, wenn du dich da herumtreibst. Okay. Ich nehme alles mit. Hat er gesehen, wie ich jetzt hier reingegangen bin? Ich hoffe nicht. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Nein. So. Ich nehme hier einfach alles mit. Außer den Staubhofen. Die lasse ich da liegen. So. Die Wurst nehme ich mit. Aber die haben jetzt nicht die, äh, die Flügel, die ich suche. Und noch ist es hell, also. Flügel. Da waren welche. Okay. Vielleicht auch hier? Mist. Ich habe schon gedacht. Da waren auch noch Flügel. Okay. Warte mal. Ging es da? Ne, ich dachte schon, da oben geht es auch noch weiter. Wie viele Flügel habe ich jetzt? Die finde ich wahrscheinlich hier irgendwo. Vier. Und Knochen haben wir. Da sind auch noch mal Flügel. Und noch mal von vorne. Geschafft. So. Auch noch geschafft. Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Ach so. Okay. Danke für den Tipp. So. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Wir haben jetzt sechs Flügel, die er haben wollte. Und die Knochen. Kasper. Dann war er das mit diesen leeren Pergamenten. Hier sind die Trophäen, die du brauchst. Hier sind die Trophäen, die du brauchst. Sehr gut. Hier ist deine Feder. Pass gut darauf auf. Die Dinger sind begehrt. Okay. Dann zeig mal, was du hast. Dann zeig mal, was du hast. So. So. Gold wert 50. Wir brauchen drei Stück. Ähm. So. Warte. Was kann ich ihm dafür jetzt andrehen? Ähm. Die Jagdmesser. Dafür haben. Die rostigen Schwerter. Den Zweihänder dafür haben. So. Eine davon. Da haben wir den Federkiel. Okay. Werkzeugbeurtel. Die. Unverkäuflich. Okay. Die braucht ich da wahrscheinlich noch. Für irgendwas. Goldbrocken. Eisenerzbrocken. Kleiner Saphir. Die Perle. So. Hier die restlichen Knochen darfst du auch haben. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass man hier wirklich, äh. Legt noch 97 Gold drauf. Haben wir 97 Gold. Oh. 1600 haben wir sogar. Dann haben wir alles. So. Hier, äh. Jervis. Hier ist das Zeug, das du brauchst. Hier ist das Zeug, das du brauchst. Wunderbar. Ich stehe zu deiner Verfügung. Okay. Dann bring mir was über die Jagd bei. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Bogen. Er kann mir nur Bogen beibringen. Okay. Ähm. Iluma. Ich habe das Schreibzeug. Ich habe das Schreibzeug. Gut. Dir fehlt noch eine wesentliche Komponente. Für die Erstellung einer Sprachrolle. Eine Rune. Und woher? Ich werde sie dir geben. Sobald du das Talent gelernt hast. Außerdem habe ich hier eine Liste für dich. Darauf findest du die benötigten Komponenten zur Herstellung der Sprachrollen. Ach komm. Wir lernen das mal. Wie erschaffe ich eine magische Sprachrolle? Um eine Sprachrolle zu schreiben, brauchst du eine Vorlage. Also eine Rune. An einem Runentisch kannst du die magische Struktur der Rune auf ein Pergament kopieren. Damit die Magie in dem Pergament gespeichert wird, brauchst du je nach Zauber verschiedene Zutaten. So, bekomme ich jetzt die Rune? So, bekomme ich jetzt die Rune? Hier. Ich gebe dir eine Rune des Lichts. Damit kannst du anfangen. Wenn du weitere Runen brauchst, wende dich an Meister Cyrus. Und wenn du Sprachrollen brauchst, kommst du zu mir. Ich brauche Sprachrollen. Ich brauche Sprachrollen. Was hat er denn? Lichtzauber, das haben wir jetzt bekommen. Ah, okay, das sind die Runen, die hier oben. Okay. Lautesverwandlung, Telekinese. Kann man... Kann man die Dings... Am Schreibpult kannst du mit folgenden Zutaten eine Sprachrolle der Rune anfertigen. Nötigte Siegel. Okay, ähm... Wir haben wenigstens eine Rune. Ich verkaufe ihm mal die Licht-Rune wieder. So. Hier, darfst du haben. Dankeschön. So, Illusion erschaffen. Und warte, man kann ja sein... Kann ja sein, dass wir die vielleicht irgendwie durch eine Quest oder so abgeben müssen. So, und wer bist du? Nun, was führt dich her? Ich bin hier, um Mendoza zu sprechen. Dann kann ich nur für uns alle hoffen, dass du gute Nachrichten bringst. Das werde ich mit Mendoza allein besprechen. Natürlich. Es steht dir frei, die Heilige Halle zu betreten. Äh, und was ist mit dem Haupttor der Festung? Was ist mit dem Haupttor der Festung? Wird die irgendwann auch mal geöffnet? Nun, ich denke, es ist an der Zeit. Meister Pallas wird sie für dich öffnen. Okay, äh... Du, ich hab den Kopf voll mit anderen Sachen. Halt! Kein Durchgang. Okay, Kommandant. Ordenskrieger. Noch ein Ordenskrieger. Was gibt's denn hier sonst so noch? Hier geht's ja auch noch weiter. Ah, da unten waren wir. Das ist jetzt noch ein neuer Bereich, wo wir noch nicht waren. Aber ich bin froh, dass wir nicht mehr einkassiert werden. So, wer bist du? Asch. Geht's was? Und du? Noch ein Ordenskrieger. Gibt's hier was zu lesen? Raus! Ja, ich geh schon. Ja, verschwinde! Gibt's hier was zu lesen? Hier gibt's einen Buchständer. Der Text handelt von magischen Sprühen. Ja, verschwinde! Ich wollte nur lesen, ja? Alter Buchständer. Ja. Ach. Überspruchvoll. Und Zutaten. Ah. Um Telekinese auf eine Spruchrolle zu schreiben, braucht man etwas Flügelstaub. Ah, hier darf ich sein. Okay. Hm. Interessant. Wer bist du? Wufus! Hi. Ja? Was machst du hier? Was machst du hier? Wenn ich nicht gerade arbeite, suche ich ein Buch. Was für ein Buch? Weisheit im Kampf. In dieser Festung soll es eigentlich ein Exemplar davon geben. Okay. Äh, machst du sonst noch was außer lesen? Machst du sonst noch was außer lesen? Schreiben. Du schreibst Bücher? Nein, Spruchrollen. Ich muss dafür sorgen, dass der Orden immer genug Spruchrollen der Heilung in seinem Arsenal hat. Also, wenn ich gerade nicht hier bin, findest du mich in unserer Kammer am Schreibpult. Ansonsten trainiere ich meine Stärke und den Umgang mit der Armbrust. Armbrust? Aha. Es ist nicht die Waffe, die wir benutzen sollen, aber ich bin verdammt gut. So gut, dass du mich trainieren kannst? Für dich wird's reichen. Äh, was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Stärke, Armbrust. Ich hab nicht genug Lernpunkte, oder? Ähm, mal gucken. Äh, doch, 14 Lernpunkte und Gold hätte ich auch noch ein bisschen was. Wie sieht's denn aus mit, äh, Armbrust? Bin ich nur auf Stufe 1? Okay, äh, ich will mal gleich schauen, was bei Stufe 2 sich ändert, was besser wird. Äh, Schriftrolle erstellen haben wir gelernt. Siegel, wer hat uns noch? Kriegen wir es hierhin, dass wir alles lernen? Also, hier unten, also hier Kampf erstmal, alles vollkriegen. Stab, okay, Stab kann wirklich nicht, aber Armbrust und Schwertkampf auf jeden Fall. Ähm, Alchemie, weiß ich nicht. Du kannst kleine Tränke herstellen, ja. Schmieden, weiß ich nicht. Erdschürfen, Tiere ausweiten, haben wir ja voll schriftvoll hergestellt. Siegel, du kannst Runen des ersten Siegels benutzen. Ähm, Schlösser öffnen möchte ich verbessern. Taschendiebstahl, Akrobatik. In der Lage, aus großen Höhen zu fallen und sich abzurollen, sodass sie weniger Schaden erleiden. So, das weiß ich nicht, ob ich Magie machen will. Okay, wir reden jetzt mal mit, ähm, unserem Inquisitor. Oh, hier sind auch noch Bücher. Wir reden noch nicht mit ihm. Ähm, erstmal gucken. Gibt's hier erstens Loot und Bücher? Was hat er denn da vor? Wie viel Weisheit habe ich jetzt? Äh, 38. Nur durch Lesen. Kann oder darf ich hier runter? Ja. Ne, das lasse ich mal. Alchemie? Alchemie verstehe ich nichts. Ist das jetzt niemand hier, hä? Das Schloss ist zu schwierig für mich. Nehme ich alles mit? Okay. Er ist das hier. Inquisitor Mendoza. Du hast einen weiten Weg auf dich genommen, Bandit. Was willst du von mir? Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Was will er? Verhandeln? Warum kommt er nicht selbst? Äh, er hat viel zu. Ich bin sein bester Mann. Er hat's nicht so mit weiten Wegen. Er hat's nicht so mit weiten Wegen. Fürchtet er etwa um sein Leben? Nicht eine Sekunde. Meinetwegen. Dann sprich. Was für eine Botschaft bringst du mir? Die Kämpfe zwischen dem Orden und den Banditen müssen aufhören. Bekommt Esteban es mit der Angst zu tun? Oder ist er müde geworden? Den Monstern ist es egal, welche Rüstung wir tragen. Sie greifen jeden an. Sie sind die eigentliche Bedrohung. Die eigentliche Bedrohung? Du weißt gar nichts. Jedenfalls noch nicht. Okay, was wir jetzt brauchen ist Frieden. Du weißt mehr über die Bedrohung? Du weißt mehr über die Bedrohung? Es ist, wie du sagst. Es gibt eine Bedrohung auf dieser Insel. Aber sie ist weitaus größer, als ihr Banditen euch vorstellen könnt. Was wir jetzt brauchen ist Frieden. Frieden? Es gibt keinen Frieden auf dieser Welt. Soll ich Don Esteban das sagen? Nein. Aber ein Waffenstillstand hat seinen Preis. Gut. Was verlangst du? Ich habe kein Interesse daran, einen Krieg gegen euch zu führen. Höre, was ich dir zu sagen habe. Und bringe mir, was ich verlangen werde. Dann könnt ihr euren Frieden haben. Dann erzähl mir, was los ist. Die Götter haben uns verlassen. Die dunkle Welle brachte Zerstörung über die Welt. Aber sie sind nicht ohne Geschenk von uns gegangen. In dieser Halle hier erschien die heilige Flamme als Zeichen, dass wir nicht vergessen sind. Ein letztes Versprechen der Götter, dass uns Menschen die Welt gehört. Okay, ähm. Erbeben nervt. Und was ist die Macht der Flamme? Was ist die Macht der Flamme? Die Flamme ist die Quelle der Magie. Das ist ihre Macht. Durch ihre Magie wird die Insel beschützt. Beschützt? Und was ist mit den Ruinen und den Monstern? Der Schutz wird schwächer. Unsere Feinde stärker. Die Zerstörung hat bereits begonnen. Okay, und warum haben die Götter die Welt verlassen? Warum haben die Götter die Welt verlassen? Das ist eine andere Geschichte, die für uns nicht länger von Bedeutung ist. Es ist passiert. Und alles, was jetzt zählt, ist unser Überleben. Und wir werden überleben, indem wir unsere Feinde besiegen. Wer ist der Feind? Wer ist der Feind? Die dunkle Welle hat Mächte längst vergangener Tage freigesetzt. Die Zeit der Titanen sollte vorbei sein. Und doch sind sie hier. Überall da draußen. Sie ziehen über die Meere und kommen mit den Stürmen. Sie kommen, unsere letzten Enklaven zu vernichten. Und wie können wir die Zerstörung aufholen? Was sind Titanen? Das ist wichtig. Was sind die Titanen? Folge mir. Dann wirst du es erfahren. Wie können wir die Zerstörung aufhalten? Solange die Flamme brennt, ist der Kampf noch nicht entschieden. Die Macht ihrer Magie ist die stärkste Waffe, die wir haben. Komm mit mir. Ich werde es dir zeigen. Dann zeig es mir. Ich will alles erfahren. Gehen wir. Okay. War es ein Fehler, zum Banditen zu gehen? Teil von denen zu sein? Ja, ich folge dir. Ich habe die Titanen bekämpft. Auf Land und auf See. Und ich habe viele Waffen gegen sie eingesetzt. Wir werden den Kampf gewinnen, wenn wir wissen, wie wir die Flamme nutzen. Doch dazu müssen wir ihr Geheimnis ergründen. Weiter. Okay, der lässt uns jetzt durch. So, und jetzt? Okay, ähm... Er geht mit uns einfach überall hin, wo... Wir wahrscheinlich als einfacher Mann-Rekrut hier nicht gehen. Ich kann sehen, was keiner sieht. Mein Auge zeigt mir die magischen Strömungen der Welt. Die Flamme, die in der heiligen Halle zu sehen ist, hat ihren Ursprung im Feuer des Vulkans. Weiter jetzt. Ah, okay, wir gehen wahrscheinlich durch einen Seiteneingang in den Berg rein, was zum Vulkan führt. Warte, ich will die Pilze mitnehmen. Die brauche ich. Ähm... Okay. Hier ist es. Dieses Tor wird uns hinabführen, zum Ursprung der heiligen Flamme. Du willst wissen, was für eine Waffe die Flamme ist? Ich sage dir, die einzige, die uns noch helfen kann, steig mit mir hinab in die Finsternis und erkunde mit mir das Geheimnis der Flamme. Wir holen uns ihre Macht. Und dann werden wir über die Titanen siegen. Äh... Gibt es einen schnellen Weg, diesen Ort zu erreichen? Wie kriegen wir das verdammte Ding? Wie kriegen wir das verdammte Ding auf? Kein Zauber, den wir wirken können, und auch nicht die Kraft aller Männer, kann dieses Tor öffnen. Allein die fünf Schlüssel werden es. Fünf goldene Kristallscheiben setzen den Mechanismus in Gang. Und wo genau sind diese Scheiben? Eine von ihnen hielt ich bereits in meinen Händen. Doch leider war sie beschädigt. Die anderen vier müssen sich auch irgendwo hier auf dieser Insel befinden. Du wirst sie mir bringen. Jetzt weißt du, warum ich hier bin. Jetzt weißt du, was ich von dir will. Nun ist es an dir. Kapitel 2, der Plan des Inquisitors. Deswegen sucht er das ganze Gold. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Hier, nimm diesen Teleportstein. Er ist eines der wertvolleren Artefakte, die wir in den Tempeln gefunden haben. Ich selbst habe ihn schon benutzt. Er wird dich auf direktem Wege wieder zu mir zurückbringen. Also wenn ich dir helfe, kriegt Don Esteban seinen Frieden? Frieden, Gold. Solange er meine Leute in Ruhe lässt, kann er machen, was er will. Aber du wirst mir die Kristallscheiben bringen. Du wirst mit mir dieses Tor öffnen und dann wirst du mit mir hinabsteigen. Warum ich? Weil Esteban dich geschickt hat. Finde diese Scheiben. Wegen der goldenen Kristallscheiben? Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wo ist deine beschädigte Scheibe jetzt? Wo ist deine beschädigte Scheibe jetzt? Sie war der dunklen Welle ausgesetzt und hat dabei leider gänzlich ihre Macht verloren. Ohne sie können wir das Portal nicht öffnen. Und wo willst du so schnell Ersatz für sie finden? Das wird nicht möglich sein. In den alten Schriften ist die Rede von genau fünf goldenen Kristallscheiben. Nicht mehr, nicht weniger. Daher habe ich den Magier Cyrus geschickt, um die Scheibe zu reparieren. Aber wohin hast du Cyrus geschickt? Wohin hast du Cyrus geschickt? Es gibt nur einen Mann, der uns helfen kann. Der Druide Eldrigg. Länger als irgendein anderer lebt er schon auf dieser Insel. Er kennt die Geheimnisse der Natur und der Magie. Ich hoffe, dass seine Kraft ausreicht, um die Scheibe wieder herzustellen. Du weißt es nicht? Nein. Genauso wenig weiß ich, warum es so lange dauert. Cyrus hätte längst wieder hier sein sollen. Vielleicht ist ihm was zugestoßen. Wir müssen sicher gehen und nachsehen. Ähm, ich werde nach Cyrus suchen. Ich werde nach Cyrus suchen. Ja. Das ist der Geist, den ich hier brauche. Sorge dafür, dass Eldrigg die Scheibe repariert und dann bring sie mir. Aber beeile dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Äh, wo finde ich den Druiden Eldrigg? Wo finde ich den Druiden Eldrigg? Der Einsiedler hat seine Hütte auf der Ostseite der Insel. Am Fuße des Vulkans. Im Schatten einer Bergwand wirst du die finden. Okay, und was ist ein Druide überhaupt? Was ist ein Druide? Druiden sind Einzelgänger, die sich den Gesetzen und Moral der Gemeinschaft nicht unterordnen wollen. Tiere und Wildnis stehen ihm näher als Ordnung und Zivilisation. Aber sie haben Macht. Sie beziehen sie aus der rohen, ungebändigten Kraft der Natur. Vertraust du ihnen? Nein. Aber viele Druiden sind Hüter von sehr altem und mächtigem Wissen. Wissen, das wir jetzt brauchen. Okay, wo außer beim Don soll ich noch suchen? Wo außer beim Don soll ich noch suchen? Ich hörte das Gerücht, dass unten in unserem Zwischenlager vor der Vulkanfestung kürzlich eine der Kristallscheiben aufgetaucht sein soll. Bisher ist sie allerdings noch nicht bis hierher geliefert worden. Also gehe ich davon aus, dass es sich tatsächlich nur um ein Gerücht handelt. Jedoch, wenn nicht, ich denke, du solltest dort besser mal nach dem Rechten sehen. Sprich mit Severin. Wenn, dann müsste er davon wissen. Äh, ein von 14 Teleportsteine gefunden. Wo bleibt die goldene Lieferung? Ähm. Fünf Kristallscheiben. Wo genau passen, kommen die rein? Hier in die Mitte? Ne, das sieht irgendwie so wie ein Hebelmechanismus irgendwie aus. Oder wie so ein Scharnier. Also Mendoza ist also der hier. Ich hatte jetzt gedacht gehabt, dass der auf dem, äh, Pausenbild. Dass das der, äh, irgendwie so ein Abtrünniger ist wie, äh, Xardas. So, der auf keiner Seite, sondern sein eigenes Spiel hier spielt. Okay, aber dann würde ich sagen, oh, es ist schon, es wird schon wieder dunkel. Wir haben Kapitel 2 erreicht. Ähm. Und, jetzt müssen wir hier doch noch der Inquisition helfen. Ich bin aber trotzdem kein Fan von denen. Ähm. Da läuft da auch noch was. Aber, äh, da kommen wir nicht hin. Hier war das, glaube ich, oder? Ähm. Pallas. Das Tor kann geöffnet werden. Das Tor kann geöffnet werden. Und Meister Ignatius? Sag, das geht in Ordnung. Schön, schön. Dann soll das Tor von nun an offen sein. Bleibt es jetzt offen? Es bleibt offen. Okay, wie sieht das dann aus mit der Stadt? Kann das dann auch offen bleiben? Was? Kristall? Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, ich bin Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's.